Morgen! Okay. Ich hatte euch gestern diese Übungsaufgabe gegeben, um Funktionen zu vergleichen. Da will ich einmal ganz kurz mit euch drüber gehen, jetzt ohne die Beweise, aber nur schon mal das Richtige sagen. Ihr könnt es euch dann selber nochmal überlegen, mir die Konstanten dafür wählt. Aber einfach, dass ihr dann schon mal in die richtige Richtung denkt. Wenn wir uns diese Funktionen hier angucken und wir wollen die nach O-Notation sortieren, dann ist es grundsätzlich so, der Logarithmus ist eigentlich immer so ziemlich das Kleinste, was wir haben. Wir werden zwar später in Master-Vorlesungen nochmal noch kleinere Sachen kennenlernen, aber hier, Logarithmus ist eigentlich immer das Beste, was wir erreichen wollen. Das heißt, der Logarithmus hier ist das Kleinste. Ich schreibe jetzt einfach mal eine 1. Grundsätzlich, wenn wir das n im Exponenten haben, dann ist es immer riesengroß. Also das ist nichts, was wir erreichen wollen. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall schon mal das Schlechteste, weil das n im Exponenten hat. Das heißt, von den 8 hier setzen wir das hier direkt mal auf die Nummer 8. Hier haben wir auch noch eine n im Exponenten. Aber, wenn wir uns die Logarithmusgesetze angucken, dann sehen wir, dass wir das auch umformen können. Und zwar ist 4 hoch log n zur Basis 3 das gleiche wie n hoch log 3 zur Basis 4. Das ist genau das hier vorne. Das heißt, die beiden hier, diese zwei Terme, die sind eigentlich genau die gleichen. Das hier haben wir ein ist gleich. Das haben wir jetzt noch übrig. Wir haben jetzt diesen Term, diesen, diesen, diesen und diesen. Der hier, den gucken wir uns auch noch mal an. Der ist 2 hoch n, kann man aus dem Logarithmus rausziehen. Und zwar ist das hier dann gleich n mal log 2 von n. Und jetzt ist das Wichtigste bei all diesen Dingern, ja, was ist jetzt der polynomielle Term? Hier haben wir eine 2. Das hier, wenn wir das anders hinschreiben, Wurzel n, eigentlich das gleiche wie n hoch 0,5. Und dann natürlich noch mal, machen wir, da lassen wir mal die Wurzel, log 2 n. So, 0,5 log n. Das hier log 4 zur Basis 3. Da muss ich selber nachgucken, was das ist. Das kann ich aber einmal schnell zum Beispiel Boyframe Alpha fragen. Das sagt, das ist ungefähr 1,26. Das ist ungefähr n hoch 1,26. Und damit das hier drüben natürlich auch. Und hier haben wir natürlich die 2 stehen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur die polynomiellen Faktoren vergleichen, haben wir hier 0,5. Hier haben wir 1,26. Hier haben wir eine 1. und der Log-Faktor, der ist immer weniger, als wenn der Exponent von dem n sich ändert. Also, solange wir unterschiedliche Exponenten beim n haben, können wir die Log-Faktoren komplett ignorieren. Das macht nur einen Unterschied, wenn wirklich das größte Polynom das gleiche ist. Also ordnen wir jetzt einfach nur noch den Exponenten. Hier 0,5. ist das kleinste. Also haben wir hier die 2 stehen. Als nächstes haben wir hier n hoch 1. Also haben wir hier eine 3. Dann haben wir 1,26. Also ist das hier die 4. Und nachdem das hier drüben das gleiche ist, ist das hier auch eine 4. Und dann haben wir nicht irgendeinen übersehen. Das hier ist dann die 5. so und jetzt haben wir 1,2,3,4,5,6,7. Dann habe ich hier 8, war ein bisschen viel. Das hier ist dann das größte. Also das hier ist eine echte Teilmenge von dem ist gleich der Menge hiervon, eine echte Teilmenge davon, eine echte Teilmenge davon. Das wäre jetzt die Lösung, ohne dass wir genau in die Beweise reingehen, ohne dass wir genau die Konstanten uns anschauen, sondern eher so die intuitive Lösung. Wir versuchen, wir versuchen das Ganze umzuformen, bis wir es auf eine schöne Art haben. Das heißt, wir wollen direkt sehen, was ist unser größter Exponent im Polynom. Und dann vergleichen wir zuerst mal die. Und nur wenn die unterschiedlich sind, brauchen wir noch was anderes vergleichen. Und grundsätzlich, wie gesagt, es gilt immer, log ist immer weniger, als was ihr im Exponenten haben könnt. Also egal, wie eure Funktion steht, wir haben immer, wir bleiben mal bei log 2 von n, liegt in O von n hoch, schreibt man mal Epsilon. Das hier gilt immer, egal wie groß unser Epsilon ist. Für jedes Epsilon größer 0. Das dürft ihr auch gerne mal versuchen zu beweisen. Das ist nämlich was wirklich Schönes zu sehen, dass das hier gilt. Egal, wie klein unser Epsilon wird, der Logarithmus wächst immer langsamer. Selbst n hoch 0,0000001 ist immer noch größer als log n. Okay, dann wollen wir mal zum nächsten Thema wechseln. Wie versprochen, heute was etwas Praktischeres praktisch heißt, bei mir natürlich jetzt nicht, dass wir uns hinsetzen und irgendwas implementieren oder das mal rausgehen. Schaut eh nicht so schön draußen aus gerade und starr irgendwas machen. Sondern wir gucken uns heute folgend neues Problem an. Wir werden jetzt heute mal das machen, was ihr in der Algorithmik am meisten macht. Also, wenn ihr in der Forschung seid oder ihr schreibt eine Abschlussarbeit, was ihr häufig macht, ist, ihr nehmt ein Problem, ihr schaut euch das an und ihr versucht es zu lösen. Und wir gehen unterschiedliche Ansätze durch, wie wir dieses Problem lösen und werden sehen, dass wir dadurch schrittweise die Laufzeit immer weiter verbessern. Eine Frage sehe ich. Ich habe eine Frage zur Klausur. Wenn in der Klausur gefordert wird, ein Bubblesort zu schreiben und dabei die Zwischenspeicherung von J mit POS weglässt, zählt das falsch oder richtig? Die Zwischenspeicherung Schauen wir einmal an. Aha, hier hat es gleich die Position. Ich glaube, das, was sie haben, ist so ziemlich das Gleiche. Aber das muss ich mich jetzt noch mal genauer anschauen. Ja, ohne Eindrückung ist es ein bisschen schwierig zu sehen. Wir machen als äußere Schleife das I. Da gehen wir durch. Jetzt dann durch alle J. Ich muss mir noch mal in Ruhe angucken. Vielleicht schreiben sie die Frage noch mal im Discord. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, uns das anzugucken. Also, kommen wir zur Vorlesung. Und zwar, ich gebe euch erst mal eine Motivation, nämlich die Analyse von Aktienkursen. Wir haben hier die GameStop-Aktie. Ihr habt bestimmt mitgekriegt, dass es da letztes Jahr ein bisschen bergauf, bergab ging. Aus unterschiedlichen Gründen. Und die Frage, die sich hier oder auch bei Cryptocurrencies zum Beispiel viele oft stellen, ist, ja, wann soll ich eigentlich kaufen und wann soll ich verkaufen? Das Problem für uns ist natürlich, ja gut, wir können nicht in die Zukunft schauen. Das heißt, wir wissen, sich wieder Aktienkurs sich verändern wird. Aber die schlauesten von uns werden natürlich im Jahr später immer sagen können, ha, an der Stelle hier hätte ich sie verkaufen müssen. Und das war doch klar. Und deswegen wollen wir jetzt so tun, als wäre man schlau und wissen, wie sich das Ganze verändert. Genau, wenn wir nicht das Geld zum Kaufen haben, ist natürlich noch mal ein anderes Problem. Aber wir gehen hier jetzt erst mal davon aus, dass wir ein unbegrenztes Budget haben. stell dich einfach vor, ihr nehmt einen Kredit auf, einen kleinen Kredit von einer Million Dollar, um das hier aufzukaufen und es dann verkauft, könnt ihr den Kredit ja bitte zurückzahlen und habt immer noch Gewinn gemacht. Zu tun, als wäre man schlau, ist auch nicht nur im Studium das Motto, das wird sich wahrscheinlich durch euer weiteres Leben so durchziehen. Also, unser Problem ist gegeben, wir haben eine Folge von Aktienkursen in Euro. Das heißt, unsere Aktienkurse hier sind quasi genau diese Y-Koordinaten und die Felder 1 bis N, das sind einfach die X-Koordinaten. Also, wir haben diese Werte hier. Und was wir rausfinden wollen, ist, wann ist am besten zu kaufen und wann zu verkaufen, also in welcher Spanne machen wir den meisten Gewinn. Das heißt, wir wollen ein paar I, J finden, wobei I vor J sein muss, sodass unser Wert bei J minus der Wert von I maximal ist. das hier ist der Verkaufskurs und das hier ist der Einkaufskurs. Und im Profit ist dann einfach die Differenz. In unserem Bild wären es jetzt die zwei Punkte hier. Hier hätten wir kaufen müssen und hier verkaufen, dann hätten wir diesen Profit gemacht und das wäre jetzt das Beste gewesen, was wir hätten machen können. Wenn wir jetzt einfach nur den kleinsten und den größten Wert suchen, dann hätte uns der Algorithmus das hier ausgespuckt. Hier sollten wir kaufen und hier verkaufen. Das macht natürlich keinen Sinn, weil hier soll man erst verkaufen und dann kaufen. Mit irgendwelchen Tricks geht das vielleicht, aber im Allgemeinen nicht. Das heißt, es reicht für uns nicht einfach nur das Minimum und das Maximum zu suchen. Es könnte sogar sein, dass die beste Lösung weder das Minimum noch das Maximum beinhaltet. Das heißt, das ist für uns ein neues Problem. Wir können es nicht einfach mit sortieren, was wir jetzt schon gelernt haben, lösen, sondern wir müssen uns hier neue Lösungen suchen. Dieses Problem nennt man auch das Max-Diff Problem. Jetzt erst mal die erste Frage an euch. Das erste, was man sich bei einem Problem, wenn man es hat, überlegt, ist, wie kann ich es lösen, wenn ich ganz naiv bin? Ich gehe ganz naiv an das Problem ran. Ich versuche jetzt eine Lösung zu finden, die nicht besonders schlau ist, sondern die einfach nur funktioniert. Ich sage immer gern, das ist eine besonders dumme Lösung, aber häufig sind diese dummen Lösungen auch ziemlich gut. Also, wenn ihr das Problem jetzt einfach nur irgendwie lösen wollt, wie würdet ihr das machen? sind das auch o das ist, BruteForce, ja Darauf kommt es raus Suche den höchsten Verkaufspreis Gehe zurück für den kleinsten Preis Ja, das reicht aber nicht unbedingt Es könnte sein Dass man Jetzt müsste ich draufmalen Aber es könnte sein, wir starten quasi hier Wir gehen hier ganz nach oben Und dann runter Und dann geht es so weiter Dann wäre der höchste Preis hier oben Aber die höchste Spanne, die wir kriegen würden Wäre das hier Das stimmt Wenn wir bis zum Anfang Zurück gehen, wo es vielleicht noch Auf Null ist Aber wenn wir hier nur so einen Ausschnitt haben, dann nicht Mit zwei Schleifen alle Möglichkeiten Testen, ausprobieren Mit zwei Werten, bis ich was möglichst Gutes rausbekomme Genau, das ist das, wo wir Raus wollen Ruhe, Gewalt Wir schauen uns alle Möglichen Paare an Und wir berechnen einfach diese Differenz A von I A von J minus A von I Das ist so der naivste Algorithmus, den man finden kann Und das ist Meistens das erste, was man ausprobiert Wenn man so ein Problem hat Wir gehen einfach Mit Gewalt drauf Und versuchen das so zu lösen Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen Stimmt das Und wie ist die Laufzeit davon Könnt gerne mal versuchen Den Pseudocode Dafür aufzuschreiben Das ist eine ganz schöne Übung Weil dieser Algorithmus Eigentlich sehr einfach ist Ihr werdet den Pseudocode später auch nochmal sehen Aber probiert es Ruhig auch nochmal für euch Er ist nicht auf der Folie Aber das später auf der Demo drauf Für die Korrektheit Muss man denke ich Hier nicht besonders viel sagen Wir müssten jetzt Genau genommen Für diesen Algorithmus Eine Schleifenvariante aufstellen Das heißt Wir würden hier jetzt quasi Eine äußere Schleife haben Und eine innere Schleife Und wir müssten immer sagen Ja, was gilt denn am Anfang Oder am Ende dieser Schleife Nämlich, dass wir bisher das Maximum Für einen gewissen Teilbereich gefunden haben Wir argumentieren hier jetzt einfach nur Ganz simpel Ja, wir schauen jede mögliche Lösung an Also schauen wir auf jeden Fall Auch das Maximum an Das heißt Unser Algorithmus muss korrekt sein Heute geht es uns mehr um die Laufzeit Was denkt ihr denn? Wie ist die Laufzeit für diesen Algorithmus? In O-Notation In Quadrat Okay, N Quadrat Das schauen wir mal, ob das stimmt Für die Laufzeit Wir hatten am Anfang Bei unseren Sortieralgorithmen immer gesagt Ja, wir schauen uns einfach nur Die Anzahl der Vergleiche an Und die Anzahl der Vergleiche Ist repräsentativ dafür Wie viele Schritte wir brauchen Hier vergleichen wir jetzt nicht wirklich was Aber in jedem Schritt Machen wir eine Differenz Also schauen wir uns jetzt einfach mal Die Anzahl der berechneten Differenzen an Und das gibt uns dann Ungefähr bis auf eine Konstante die Laufzeit Und damit dann auch in O-Notation die Laufzeit Und die Anzahl der berechneten Differenzen ist gleich der Anzahl erlaubter Paare Wie viele erlaubte Paare haben wir jetzt? Na ja, wenn wir das Ganze mal durchgehen Für I gleich 1 Gibt es Kandidaten alle von 2 bis N Also N minus 1 viele Kandidaten Für Für I gleich 2 Gibt es als Kandidaten von 3 bis N Also N minus 2 viele Kandidaten So weiter Für I gleich N minus 1 Gibt es dann nur noch einen möglichen J Das N Das heißt wir haben die Summe Von allen Termen Von N minus 1 bis 1 Das geschulte Auge Sieht hier jetzt wahrscheinlich schon sofort Das N Quadrat drin Aber wir wollen es jetzt einmal noch ausführlicher machen Das hier ist natürlich auch wieder eine Umformung der arithmetischen Reihe Das ist N mal N minus 1 halbe Wir sehen wir haben 1 plus 2 plus Punkt 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 bis N minus 1 Das heißt wir haben die Summe über alle Is Von I gleich 1 bis N minus 1 Das heißt das hier wird jetzt zu N minus 1 Das wird zu N Also haben wir N mal N minus 1 halbe Und das liegt in O von N Quadrat Beziehungsweise nachdem wir es hier jetzt gar nicht nach oben abgeschätzt haben Sondern genau können wir auch sagen Das liegt in Theta von N Quadrat Und haben damit genau unsere Laufzeit gefunden Und dies auch wieder unabhängig vom besten oder schlechtesten Fall Da wir ja alle Möglichkeiten uns anschauen Okay, das heißt wir haben jetzt uns den Algorithmus überlegt Der ist sehr einfach Und der hat schon mal eine Laufzeit Die ist gar nicht so schlecht Also Theta von N Quadrat N Quadrat ist in Ordnung würde ich sagen Normalerweise versucht man mal darauf abzuzählen Unter diese zwei zu kommen Also die Algorithmen Die man im Optimalfall haben will Die haben lineare Zeit Also Theta von N oder Theta von Log N Das ist meistens so das Beste Was man erreichen kann Aber N Quadrat ist auf jeden Fall respektabel Solange es Wenn es dann über N hoch 3 geht Ist es meistens schlecht Sehen wir am Ende mal eine kleine Analyse dazu Okay Das heißt dieses Problem Das wir uns jetzt anschauen Das ist nicht sehr interessant Weil selbst die naive Lösung schon sehr gut ist Das heißt wir machen jetzt das Was man in der Algorithmik häufig macht Wir nehmen unser Problem Und wir wandeln es etwas um Bis es interessant ist Das heißt wir schauen uns jetzt ein Problem an Das ist so ähnlich Aber es gibt uns eben eine schönere Analyse Wir betrachten jetzt eine Folge Von Zahlen 1 bis N Also von A von 1 bis A von N Das sind jetzt ganze Zahlen Und was wir jetzt finden wollen Ist wieder ein paar IY Die I kleiner gleich Y Sodass die Summe von allen Zahlen Von I bis J maximal ist So hier haben wir nur gesucht Die Differenz zwischen A von J und A von I Hier wollen wir jetzt alle Zahlen Von A von I bis A von J aufsummieren Und da die maximale Summe haben Deswegen heißt das Problem Max Summ Wenn wir uns Ah ok Das wollte ich eigentlich an der Stelle rausnehmen Erst hinten ran Aber gut Dann gehen wir es jetzt durch Die Motivation Wie kommen wir denn von MaxDiv zu MaxSum? Wenn wir uns dieses MaxDiv anschauen Ja I gleich 1 und J gleich N Ist immer die richtige Antwort Wenn wir so ein Array haben Wo alles positiv ist Aber wir haben jetzt ganze Zahlen Das heißt wir können auch negative haben Und dann ist es nicht mehr unbedingt Die beste Lösung Ich will euch jetzt zeigen Das MaxSum Dass das Problem Nicht einfacher sein kann Als das Problem MaxDiv Weil wir jede Instanz von MaxDiv Zu einer Instanz von MaxSum Umwandeln können So was nennt man dann eine Reduktion So Reduktion Das ist jetzt nicht unbedingt das Thema Der Vorlesung Das ist was was wir Was ihr in Komplexität häufig haben werdet Aber ihr Kriegt mal gerne eine ganz schöne Intuition Dafür Schauen wir uns nochmal das Problem MaxDiv an Wir haben hier ein Feld Mit diesen ganzen positiven Zahlen Die Aktienkurse müssen natürlich positiv sein Und wir wollen jetzt Das Paar finden Wo die Differenz maximal ist Gucken wir uns einfach mal an Ja wir haben hier Sagen wir mal Wir gehen von 0 Zur 7 Dann wäre das hier Eine Differenz von 7 Also basteln wir uns Ein neues Array für MaxSum Wo wir einfach die Differenz hiervon nehmen Heißt von hier nach da Schreiben wir eine 7 rein Wenn wir von hier nach da gehen Hier ist die Differenz eine 4 Also Schreiben wir die Differenz hier rein Jetzt sieht man vielleicht schon Wird es nur auf die ersten 3 Elemente begrenzt Was sind unsere möglichen Lösungen in MaxDiv Entweder wir starten bei 0 und 7 Es gibt uns ein Profit von 7 Das ist bei dieser Stelle hier Starten bei 7 Hören bei 11 auf Gibt uns ein Profit von hier 4 haben wir hier stehen Oder wir starten bei 0 Hören bei 11 auf Es gibt uns ein Profit von 11 Das entspricht genau der Summe Von diesen Werten hier Von der 11 zu 2 Hätten wir jetzt ein Profit von minus 9 Hier von plus 1 Hier von minus 3 Und so weiter Das heißt wir schreiben einfach nur Diese Differenzen hier oben rein Und dadurch kriegen wir jetzt ganze Zahlen Die können positiv sein Die können negativ sein Und jede Lösung Die wir jetzt hier haben Von 0 bis 16 Wäre jetzt zum Beispiel gut Oder von 0 bis 20 Die Differenz ist 20 Können wir uns auch einfach schon anschauen Ja was ist denn die Summe Aller Werte Hier oben drin Und das gibt uns dann auch eine 20 Das bedeutet jetzt für uns Wenn wir einen Algorithmus haben Der Maximum löst Dann können wir auch in der gleichen Zeit Max diff lösen Das einzige was wir beachten müssen ist Dass für diese Umwandlung Brauchen wir Theta von n Zeit Weil wir ein Array Der größte Theta von n erstellen Also solange wir einen Algorithmus Für Max Sum haben Der mit mindestens Theta von n Zeit läuft Kriegen wir auch Einen Algorithmus für Max diff Mit der gleichen Laufzeit Das heißt Das hier ist quasi Eine Verallgemeinerung Von Max diff Oder ein größeres Ein schwereres Problem Darum macht es häufig Oder Sinn Dieses Problem anzuschauen Weil wenn wir das zu lösen Dann haben wir gleich beide Probleme Mit einem Mal erschlagen Das heißt wir vergessen jetzt Max diff Und wir schauen uns jetzt Der Rest der Zeit Einfach nur noch Max Summe Verzeihung Ich habe eine kleine Frage Und zwar bezüglich dieser Folie Wir sind jetzt Hier bei Max diff Davon ausgegangen Dass wir jeweils Paare Bei dem Array prüfen Also von 0,7 7,11 Und wenn wir das jetzt hier Bei Max diff durchgehen Also Dann wäre ja die höchste Differenz Bei Max diff Die 4 und 16 Also dann wären wir Bei der Differenz von 12 Die Paare benutzen wir nur Um Das Array hier oben zu konstruieren Aber für die Lösung Darf man alle Paare anschauen Okay Also beste Lösung für Max diff Wäre 0 und 20 Ja Und hier oben ist die beste Lösung Die Summe von hier Bis hier Müssen wir aufrechnen 3,4,16,14,18,20 Gibt uns auch genau die 20 Okay gut Jetzt verstehe ich das Alles klar Alles klar So Wie löst er dieses Problem? Wieder ganz naiv Okay Hohe Gewalt Genau Das ist immer Die Antwort Wenn ich sage Wie löst er dieses Problem Ganz naiv Wie schaut Ruhe Gewalt Hier aus Wir gehen wieder Alle Möglichkeiten durch Das hier war jetzt Unsere beste Lösung 1 bis 13 Gibt das gleiche Das heißt Wir schauen uns alle Erlaubten Paare I und J an Und wir berechnen Die Summe Der Werte A von K Von I bis J Und davon Geht man dann Das Maximum Zurück Auch wieder Die Übung Für euch Schreiben sie Im Pseudocode selber Obwohl man Gleich Sowieso Sehen Hohe Gewalt Ist immer die Lösung Wenn ich euch frage Wie löst das Problem Wie hat es Wenn man das Als einzelnes Zitat Betrachtet Und aus dem Kontext Nimmt dann Ja So Ah ja Ich hab das Übernacht Den falschen Titel Dann will ich euch Einmal kurz Diese Demo zeigen Wir haben jetzt hier Ein Array Ist jetzt ein bisschen Anders als das Aus der Vorlesung Und das ist jetzt Meine Version Von BruteForce Der Ähm BruteCode Müsst natürlich Nicht genauso schreiben Es gibt andere Möglichkeiten Ich stelle sie einmal kurz Langsam Vielleicht zu langsam So Wir Haben dann unser Element Das grüne Element Das ist unser I Das blaue Ist unser J Und für jedes Paar Von denen Gehen wir alles Hier von links Nach rechts durch Um die Summe Zu finden Und Speichern uns Dann jeweils hier Was denn jetzt Das beste Was wir gefunden haben Und was ist die Summe davon Und so gehen wir Und so gehen wir Durch unser ganzes Array durch Einmal von links Nach rechts Und Wenn wir hier Ganz am Ende Angekommen sind Haben wir Die beste Lösung Gefunden Wenn i gleich Ein 1 ist Und dann machen wir I gleich 2 Weiter Machen wir das mal Ein bisschen schneller Sehen wir hier Wie der Algorithmus Einmal schön Durchspringt Und alle Möglichkeiten Natürlich berechnet Bis wir am Ende Die beste Summe Gefunden Was ist denn jetzt Die Laufzeit Hiervon N-Log-N Optimistisch N-Hoch-N Das ist pessimistisch Jemand was dazwischen N-Quadrat N-Minus1 Ist Nicht wirklich Besser Wir müssen jetzt Die Anzahl Der Additionen Anschauen Wie vorhin Vorhin haben wir Die Anzahl Der Differenzen Angeschaut Hier ist Repräsentativ Die Anzahl Der Additionen Die wir durchführen Sagt Technisch gesehen Müssen wir alle Rechenschritte Anschauen Aber nachdem wir Überall Additionen Mit drin haben Reicht es hier Uns da drauf Zu beschränken Was ist eine obere Schranke dafür Was machen wir hier Wir haben zwei Schleifen ineinander Wir gehen durch Das I durch Und es gibt uns Die linke Grenze Wir gehen durch Das J durch Es gibt uns Die rechte Grenze Und dann haben wir Aber noch eine dritte Schleife da drin Indem wir In diesem K Alles von I Bis J Aufsummieren Heißt im Prinzip Haben wir drei Ineinander Geschachtelte Schleifen Für allen erlaubten Paare Das sind O von N Quadrat Viele Müssen wir jetzt Das hier Berechnen Und das hier Ist jetzt auch Wieder in O von N Im schlechtesten Fall Weil Im schlechtesten Fall gehen wir Von hier Bis dahin Und da müssen wir Alle N Elemente Anschauen Also kriegen wir Hier Jetzt erstmal nur In O Notation Erlaubte Paare Gibt es O von N Quadrat Viele Hier müssen wir O von N viele Vergleiche machen Also Kommen wir Auf O von N hoch 3 Jetzt erstmal Als obere Schrank Das ist auch So ein bisschen Die intuitive Art wie man Rangehen kann Wenn wir uns Den Code Hier angucken Wir haben Drei Schleifen Für I Für J Und drin nochmal Für K Drei Schleifen Heißt Vermutlich Haben wir N hoch 3 Möglichkeiten Die wir Durchgehen müssen Also Die Anzahl Der geschachtelten Schleifen Gibt euch Meistens schon mal Ein Hinweis Darauf Was denn jetzt Im Exponenten Stehen muss Das ist jetzt aber O Notation Wir hätten gerne Das Theta Also wir würden es Genau machen Das heißt Wir bräuchten jetzt Eine untere Schranke Eine untere Schranke Für die Anzahl Der Additionen Können wir uns Überlegen Ja wir müssen Für jedes Paar Was berechnen Das sind Omega Von N Quadrat Viele Okay Also haben wir jetzt Eine obere Schranke Für unsere Laufzeit Ist auf jeden Fall Nicht schlechter Als N hoch 3 Eine untere Ist auf jeden Fall Nicht besser Als N Quadrat Aber Aber Wir hätten es Natürlich Genau Gerne Das heißt Wir wollen jetzt Rausfinden Wo liegt denn jetzt Die Wahrheit Um die zu sehen Müssen wir das Ein bisschen Genauer angehen Also wir müssen Wenn wir hier Drei Zahlen Aufsummieren wollen Sagen wir Es ist gleich 3 Dann bedeutet das Okay Wir können das einmal haben Hier ganz am Anfang Die ersten drei Zahlen Also markieren wir mal Den ersten Rot Dann können wir es haben Von 2 bis 4 Also markieren wir Den zweiten Rot Von 3 bis 5 Und so Stiften wir Diesen Blauen Block Bis ganz nach rechts Bis es nicht mehr weiter geht Ab hier Gibt es keine weitere Summe mehr Die wir berechnen müssen Weil wenn wir es dort mal Weiter rechts schieben Dann laufen wir aus dem Array raus Und die Frage ist jetzt Wie viele Von diesen Feldern Haben wir jetzt Rot markiert Das sind alle Hier links Und hier in dem Blauen Bereich Ist es genau eines Das heißt Wir haben Alle N Elemente Bis auf S Minus 1 Viele Also im Blauen Sind alle bis auf 1 Frei Alle anderen Sind rot Also haben wir N Minus S Das war das hier Plus 1 Rote Elemente Das ist jetzt eine andere Art Wie man da rangeht Wir schauen jetzt Gar nicht Für jedes Paar IJ An Wie viele Dinger Wir hier berechnen Sondern wir brechen es jetzt runter Auf Die Anzahl der Summanden Die wir jeweils Aufsummieren müssen Und Kopieren die zusammen Verzeihung Eine kleine Verständnungsfrage Wir sagen Wir betrachten Paare Aber in diesem Area Nehmen wir jetzt Drei Felder Wir sind ja bei Dem Problem Wir müssen die Summe Wir müssen die Summe Berechnen Für das Paar Von I Bis J Also Wir berechnen die Summe Von allem Von diesem Bis zu diesem Wert Und da müssen wir uns Genau diese Blauen hier anschauen Und wir schauen uns jetzt quasi Alle Möglichkeiten an Dass die Distanz Zwischen I und J Drei ist Oder allgemein Dass die Distanz Zwischen den S ist Und wir S viele Werte Aufsummieren müssen Und Das sind eben Alle Möglichkeiten Die man haben kann Diese hier Das heißt Für drei Gibt es hier N minus zwei Möglichkeiten Wenn wir jetzt sagen Ja der Unterschied Ist bei vier Dann haben wir N minus drei Möglichkeiten Und so weiter Wir müssen uns Immer angucken Wie viele Werte Hiervon Müssen wir dann Jetzt aufsummieren Damit wir Unsere Lösung kriegen Wie viele Additionen Brauchen wir S Summanden Zu addieren Wir wollen die Summe Von diesen S-Zahlen Berechnen Berechnen Wie viele Additionen Müssen wir dafür Ausführen S minus eins Ist Quadrat Die richtige Antwort Ist S minus eins Wir addieren Die ersten beiden Dann haben wir Unsere Summe Hiervon Dann addieren Wir den nächsten Drauf Dann haben wir Die Summe Von allen Also brauchen wir Insgesamt S minus eins Additionen Eine für die ersten Zwei Und stammt Plus eine Für alle weiteren Müssen wir jetzt nicht Alle Paare Aufsummieren Sondern einfach Nur alles Einmal Zusammenpacken So Und das hier Zusammen Gibt uns jetzt Die genaue Analyse Wir schauen uns Jetzt Alle Möglichkeiten An Wie viele Summanden Können wir haben Wir müssen Uns alles Angucken Das heißt Es kann Wir können die Summe Aus nur Einem Element Berechnen Aus zweien Aus dreien Aus vier Aus fünfen Bis n Minus eins Für jede Anzahl Wissen wir genau Wie viele Additionen Wir berechnen müssen Das heißt Wir können uns hier Jetzt eine schöne Formel aufstellen Die Anzahl der Additionen Die wir haben Ist Alle Möglichkeiten Für s Durchgehen Also J Minus I Plus eins Das kann von Eins bis n Gehen Jeweiß Haben wir Genau So viele Anzahl Summen Und wir haben Genau Wir haben genau So viele Additionen Und wir haben So viele Anzahl Summen Also für jedes s Haben wir n Minus s Plus eins Mögliche Summen Und für jede Davon Brauchen wir s Minus eins Addition Deswegen ist jetzt Unsere Gesamte Laufzeit Die Anzahl Der Summen Die wir insgesamt Berechnen Nur von einem Anderen Blickwinkel Darauf Jetzt nicht Direkt dem Algorithmus Folgend Sondern indem Wir diese Summen Eben neu Gruppieren Wenn s Ja gleich Eins Ist Macht das Gar keinen Sinn Wenn s Gleich Eins Ist Setzen wir das mal ein Wir haben hier N minus eins Plus eins Haben wir N Mal Eins minus Eins Ist null So Klingt komisch Aber wenn wir uns Mal überlegen Wir müssen jetzt Die Summe Aus einem Wert Berechnen Dann kostet uns das Natürlich auch Keine Addition Dann müssen wir Nichts Durchrechnen Macht Sinn Das heißt Tatsächlich Für s Gleich eins Steht hier Eine Null Aber gehen wir mal weiter Setzen wir mal S gleich zwei ein N minus Zwei Plus eins Da haben wir hier N minus eins Stehen Und hier Haben wir mal Eins stehen Also haben wir N minus eins Mal eins Das heißt Hier kriegen wir schon N minus eins Addition Für s Gleich drei Haben wir hier N minus zwei Und hier eine zwei Stehen Also haben wir hier Schon ungefähr Zwei N Addition Und so kann man Das weiter spinnen Bis zum Ende Wenn wir N minus eins Hier einsetzen Dann kriegen wir Eine zwei So N minus N plus eins Das ist eine zwei Und hier N minus zwei Stehen Und wenn wir N einsetzen N minus N Streicht sich raus Dann haben wir Eins Mal N minus eins Auf der Seite So Das heißt Wenn wir das alles Aufsummieren Kriegen wir hier Irgend so was raus Was Mal bei allem Jetzt müssen wir uns noch Anschauen Was passiert denn Hier zwischendrin Und wir gucken uns Und wir gucken uns jetzt Einfach mal Den Fall an Dass N Durch vier Teilbar ist Um Das Ganze Uns einfacher Zu machen Wie Wie schaut es hier Ganz in der Mitte aus Also sagen wir mal Wir setzen mal S auf N halbe Wir haben hier stehen N minus N halbe Plus eins Und hier N halbe Minus eins Okay Wenn wir S auf N halbe Plus eins Setzen Steht hier N minus N halbe Minus eins Plus eins Also N halbe Und hier N halbe Plus minus eins Also haben wir hier Ganz in der Mitte Genau N halbe Mal N halbe Stehen Wie schaut es hier vorne aus Setzen wir Das mal auf N viertel Plus eins Dann haben wir hier Drei N viertel stehen Hier N viertel Und wenn wir es auf Drei N viertel Plus einsetzen Haben wir Hier N minus Drei N viertel Ist N viertel Und hier haben wir Drei N viertel stehen Also schaut es so aus Dass das jetzt einfach nur Ein paar Terme Hier zwischendrin angeguckt Um jetzt eine Abschätzung Zu kriegen Eine bessere Abschätzung Von unten Müssen wir uns überlegen Ja wie groß Ist das Ganze Hier Mindestens Und da schauen wir jetzt einfach Nur mal Diesen Bereich an Wir gehen Von S gleich N viertel Bis S gleich Drei N viertel Heißt wir haben hier N halbe Von diesen Produkten Für jedes von diesen Werten Die wir hier Multiplizieren Haben wir Der kleinste von denen Ist N viertel Alles andere hier Zwischendrin Wird nur größer Also dieser Wert Geht von N viertel Bis drei N viertel Und der linke Wert Geht von drei N viertel Runter bis N viertel Also alles in diesem Bereich Werden wir Einmal von unten nach oben Und einmal von oben nach unten Aufsummieren Also haben wir N Halbe Plus 1 Terme Hier Die mittlere Hälfte Und die Größe Von jedem Term Ist mindestens N viertel mal N viertel Weil beide Zahlen Mindestens N viertel sind Und wenn wir das jetzt Einfach durchrechnen N viertel mal N viertel Ist N Quadrat Sechzehntel Und wir haben N halbe plus 1 Terme Das heißt Wir kriegen N hoch 3 Durch 32 Also brauchen wir Mindestens N hoch 3 Durch 32 Additionen Und das bedeutet Dass unsere Laufzeit In Omega von N hoch 3 Liegt Wir haben mindestens Eine kleine Konstante Eine kleine Konstante Mal N hoch 3 Additionen Das heißt Wir haben jetzt Für diese Analyse Alles was hier vorne steht Einfach vergessen Alles was hier hinten steht Einfach vergessen Aber selbst wenn wir uns Nur die mittlere Hälfte Der Terme anschauen Liegen wir Immer noch was raus Was jetzt von N hoch 3 Abhängt Und damit Haben wir jetzt Genauer bewiesen Unser roher Gewaltalgorithmus Läuft tatsächlich In Theta Von N hoch 3 Zeit Wir haben einmal Die obere Schranke Gezeigt Es ist Nicht schlechter Als N hoch 3 Und wir haben Die untere Schranke Gezeigt Wir berechnen Tatsächlich Omega von N hoch 3 Viele Summanden Ist hier Irgendwelche Fragen Ich sehe ein bisschen Allgemeine Verwirrung Aber nichts Konkretes Also wenn sie mit den Formeln die ich aufschreibe Probleme haben Gucken sie sich In Ruhe Nochmal an Kriegen ja auch Die Aufzeichnungen Dann können sie Auch an den Stellen Wo es nicht klar ist Einfach nochmal pausieren Und versuchen Selber ein paar Notizen Zu machen Und wenn es da immer noch Nicht klappt Könnt ihr natürlich Jederzeit im Discord Einfach nochmal Eine Frage stellen Und ich beantworte Die dann Sobald es passt Die Essenz Hier ist Eben Dass wir Uns wirklich angucken Wie viele Additionen Führen wir hier durch Und wir versuchen das Irgendwie zu kopieren Sodass wir Was Schönes Rauskriegen Das Schaut für euch Jetzt alles Ein bisschen scary aus Dass wir hier Diese riesigen Formeln haben Man muss die halt Wirklich schrittweise Durchgehen Damit man diese Versteht Und je mehr Und je mehr ihr das macht Wenn ihr Mit dem Semester Durch seid Die Klausur Bestanden habt Und ihr guckt euch Dann später nochmal Diese Formel an Irgendwann ist es so Ihr schaut auf das hier Und seht sofort Ah ja klar Das ist n hoch 3 Da kriegt man irgendwann So diese Intuition Dieses Gefühl Dafür Aber das muss man halt Entwickeln Und das ist Das hier Dass ihr das Hier in der Vorlesung Lernt Dass man eben Dieses Gefühl kriegt Und dafür Müssen wir solche Berechnungen Durchführen Ein paar Mal Müssen Viel üben Bis wir so weit sind Dass wir das Mit einem Blick sehen Oh Ich hab euch vorhin gesagt N hoch Quadrat Ist noch Gerade so annehmbar Aber n hoch 3 Ist schlecht N hoch 3 Wollen wir nicht Also ist die Frage Kriegen wir das Irgendwie besser hin Gucken wir nochmal Auf Unser Redemo Wir spielen das nochmal durch Für jedes Paar Summieren wir alle Zahlen Hier von links Nach rechts auf Ihr seht hier schon Ich kann gleich auf Schlauer klicken Also gibt es wohl Eine schlauere Lösung Aber Habt ihr hier Eine Idee Wie können wir Diesen Algorithmus Jetzt beschleunigen Also mein Vorschlag wäre Der geht ja Bei dem ersten Durchlauf Durch das ganze Array Ja Ähm Dabei hat er ja auch Negative Zahlen Bei sich Also könnte man Im Prinzip Die negativen Zahlen Rausnehmen Bei der Summe Also Die negativen Werte Das stimmt Das stimmt nicht unbedingt Die Wenn wir uns angucken Das hier ist die optimale Lösung Und die beinhaltet sogar Negative Zahlen Also es kann Sinn machen Eine negative Zahl Mitzunehmen Wenn danach Wie zum Beispiel hier Wir nehmen die Minus 11 mit Aber kriegen dafür Danach plus 12 Das heißt wir haben Hier in diesem Upsala Diesen kleinen Bereich Haben wir jetzt eigentlich Schon plus 1 Gewinn gemacht Also es macht Sinn Hier diese negative Zahl Mitzunehmen Also negative Teilsummen Jetzt von den Rändern Rausnehmen Ja Die kann man zum Beispiel Wegnehmen Es macht eigentlich Wenn wir uns hier angucken Einfach nur Den rechten Teil Das ist minus 8 Das heißt Es macht eigentlich nie Sinn Hier hinten aufzuhören Sondern hier aufzuhören Ist eigentlich immer besser Hier kann man sogar Noch weiter gehen Es macht eigentlich nie Sinn Irgendwo hier hinten Aufzuhören Es ist immer besser An der Stelle aufzuhören Genau Könnte man nicht einfach Beim ersten Durchlauf Rechnet man ja Eine größere Summe zusammen Dass man dann einfach Bloß die Werte Zwischenspeichert Wo die größten Summen rauskommen Ja Beim ersten Durchlauf Gucken wir uns das an Berechnen wir Im Prinzip Alle Summen Von hier bis da Aber Diese Zwischensummen Von hier bis da Die könnte man Theoretisch mitberechnen Das kostet aber Dann sehr viel Ja Das kostet Ein bisschen auch Aufwand Aber das kann man Auf jeden Fall machen Das Wäre eine Lösung Ist es nicht genau die Die ich euch gleich Zeigen werde Aber es kommt im Prinzip Aufs gleiche raus Der Monitor hat geschrieben Man könnte Anstatt Die selben Werte Wieder zu summieren Einfach einen Wert hinzufügen Und vergleichen Und das ist genau das Was ich euch zeigen will Also Wenn wir uns Eine Situation Hier raussuchen Wir sind von hier Bis da gegangen Wir gehen hier Das komplette durch Wir summieren Alle diese Zahlen auf Und kriegen jetzt Die Summe Von 14 bis 2 Minus 2 Wenn wir einen Schritt Weiter gehen Dann fangen wir Wieder hier an Und summieren Wieder alle diese Werte Auf Das heißt wir machen Bis hierhin Eigentlich genau das gleiche Was wir im Schritt Vorher gemacht haben Statt die alle Wieder von vorne Auf zu summieren Können wir uns Eigentlich merken Was haben wir denn Hier gemacht Und wir fügen Einfach nur Die 3 hinzu Und jetzt Haben wir Statt mit J Minus I Plus 1 Vergleichen Mit Addition Mit nur Einer weiteren Addition Diese Summe Berechnen Und das Das ist ein Ziemlich Großer Speedup Ups Da ist was Verschoben Als Übung Für euch zu Hause Könnt ihr Nochmal versuchen Diese Summe Genau zu Berechnen Da muss man Sich so ein Polynom Aufstellen Und ein Lineares Gleichungssystem Lösen Und dann werdet ihr Sehen Das ist nicht Sehr einfach Hier diese Genaue Summe Zu kriegen Deswegen Es ist viel Einfacher Hier mit Der Unnotation Zu arbeiten Wir machen Eine ganz Kleine Umformung Bei unserem Problem Wir definieren Uns hier Jetzt S I J Verglichen Mit Der Vorherigen Definition Die hatten Wir Hier ist Das genau Das gleiche Nur dass Wir Hier uns Jetzt Noch Dazu Definieren Ja Wir geben Da Dieser Summe Einen Namen Summe Über alle AKs Von I bis J Nennen Wir Jetzt SIJ Also die Summe Von I bis J Und Wir wollen Jetzt Für Jedes I Alle Summen SIJ Berechnen Also SII SII Plus 1 SII Plus 2 Und so weiter Und um Das zu Machen Schauen Wir uns Die Summe Von I Plus I An Das ist Einfach Nur unser Feld A Von I Die Summe Von I Bis I Plus 1 Müssen Wir A Von I Plus 1 Aufsummieren Für Hier A Plus I Plus 2 Hier A Von I Plus 3 Und so weiter Und für Hier A Von N Schauen Wir uns Das einmal An Gehen Wir Jetzt Hier Zu unserer Schlaueren Version Der Code Ist ein Bisschen Kürzer Geworden Wir Haben Statt 3 Schleifen Hier Jetzt Nur Noch 2 Schleifen Wir Haben Eine Äußere Für Unser Linken Rand Eine Mittlere Für Unseren Rechten Rand Aber Jetzt Keine Innere Schleife Mehr Die Die ganzen Summen Berechnet Spielen wir Das hier mal Durch Und wir Sehen Das ist Deutlich Schneller Als Vorher Jetzt sind wir Schon Fertig Gucken Wir Uns Einfach Nur Mal Den Anfang An Bis Unser Grüns 1 Weiter Rückt Das Ist Hier Bei Brute Force Bei Ruhe Gewalt Müssen Wir Warten Müssen Warten Müssen Warten Müssen Warten Und Erst Jetzt Springt Unsere Grüne Markierung Unser I 1 Weiter Das Sehen Wir Hier Das Ist Sehr Viel Schneller Erst In Der Praxis Ist Schon Mal Deutlich Besser Tatsächlich Wenn wir uns Hier Anschauen Wie viele Additionen Haben Wir Dann Das Sind N Minus I Viele Also Hier Braucht Man Keine Und Dann Braucht Man Hier Für I Plus 1 Eine I Plus 2 I Plus 3 Bis I Plus N Minus I Also Haben Wir Hier N Minus I Additionen Statt Wie Vorher Ungefähr N Minus I Quadrat Viele Das Heißt Intuitiv Wir Haben Jetzt Zwei Schleifen Ineinander Also Wird Die Laufzeit Wahrscheinlich N Quadrat Sein Bisschen Genauer Wir Müssen Durch Jedes I Gehen Und Für Jedes I Warum N Minus 1 Nein N Minus I Steht Da Und Ich dachte Es sollte 1 Minus 1 sein N Minus I Ne Es ist N Minus I Gehen wir Das Ganze Hier durch Wir brauchen Eine Für I Plus 1 Eine Für I Plus 2 Eine Für I Plus 3 Eine Für I Plus 4 Und So weiter Bis Wir Bei N Ankommen Und N Ist Gleich I Plus N Minus 1 So I Plus 1 I Plus 2 I Plus 3 I Plus 4 Bis I Plus N Minus I Sorry Ich sag immer N Minus 1 Aber Ich meine N Minus I So I Plus N Minus I Ist Gleich N Das heißt Wir können Bis zu N Minus I drauf Addieren Andersrum gesehen Wenn wir uns anschauen Wir sind beim I Element In unserem Feld Dann sind Rechts Davon Noch N Minus I Viele Links Davon Haben wir I Minus 1 Viele Dann Unser Element I Und Rechts Davon Sind Noch N Minus I Andere Kandidaten Mit Dem Auflösen Wie Machen Mal Das Wir Gucken Uns Alle J An Von N Minus 1 Bis 0 Und Wir Summieren Auf Über Dieses J Was habe Ich Hier Gemacht Das Schaut Erstmal Komisch Aus Irgendwie Ist N Verloren gegangen Wir Haben Hier Eine Summen Formel Stehen Aber Wir Haben Hier Eben Dieses N Minus J Und Das Abzuschätzen Ist Nicht So Ganz Einfach Also Formen Wir Das Etwas Um Wir Setzen Diese Werte Ein Und Überlegen Was Steht Hier Eigentlich Wenn I Gleich 1 Einsetzen Steht Hier N Minus 1 Wenn I Gleich 2 Einsetzen Steht Hier N Minus 2 I Gleich 3 Steht N Minus 3 Und Wenn Wir Bis Zum Ende Gehen Und N Einsetzen Steht Die N Minus N Gleich 0 Das Heißt Was Wir Hier Aufsummieren Ist N Minus 1 Plus N Minus 2 Und So Weiter Bis Null Also Alle Werte Von N Minus 1 Bis 0 Und Das Hier Ist Nur Eine Andere Version Des hinzuschreiben So Wir Formen Das Hier Um Indem Wir Anschauen Was Und Das Hier Kann Man Natürlich Jetzt Auch Umdrehen Das Das Gleich Wie Wir Von 0 Bis N Minus 1 Laufen Und Das Hier Kommt Euch Jetzt Vielleicht Schon Bekannt Vor Das J Gleich 0 Können Man So Ausstreichen Da Können Man Eine 1 Daraus Machen Weil Da In 0 steht Und Dann Sind Wir Wieder Bei Unser Arithmetischen Reihe Und Wir Können Einfach Die Formel Einsetzen Dann Kommen Wir Wieder Auf N Mal N Minus 1 Halbe Also Haben Wir Theta Von N Quadrat Addition Wir Sind Also Deutlich Besser Geworden Quadratisch Viele Statt N hoch 3 Viele Okay Wir Haben Also Neuen Algorithmus Gefunden Der Ist Schon Mal Deutlich Besser Von N hoch 3 Auf N Quadrat Ist Eine Sehr Große Verbesserung Aber Es Geht Tatsächlich Noch Schneller Wir Können Das Problem Noch Schneller Als N Quadrat Lösen Und Wie Wir Das Angehen Wollen Ist Wir Versuchen Das So Ein Bisschen Wie Merge So zu Machen Also Wir Das Mit Dem Teile Und Herrsche Prinzip Zu Lösen Bei Merge Sort Haben Wir Unser Array Genommen Wir Haben Es In Zwei Teile Aufgeteilt Wir Haben Links Sortiert Und Rechts Sortiert Teile Aufteilen Links Und Rechts Sortieren Herrschen Und Zusammenpacken Dann Mussten Wir Mergen Also Die Zwei Sortierten Arrays Zusammenfassen Also Was müssen wir Hier Uns Überlegen Wir Haben Hier Unsere Grenze In der Mitte Wo Kann Unsere Beste Lösung sein Es Kann Hier In der Linken Hälfte sein Es Kann Hier In der Rechten Hälfte sein Oder Es Kann Durch Die Mitte Durch Gehen Das sind Unsere Drei Möglichkeiten Für Das Teile und Herrscher Prinzip Können wir Das Jetzt So Angehen Wir Durchtrennen Das In der Mitte Und Rekursiv Suchen Wir Die Beste Lösung Hier Dann Finden Wir Das Da Durchsuchen Wir Rekursiv In Dieser Rechten Hälfte Die Beste Lösung Das Gibt Uns Das Hier Und Dann Müssen Wir Nur Noch Alle Lösungen Anschauen Die Durch Diese Mitte Durch Laufen Um Das Hier Zu Finden Dann Hätten Wir Auf Jeden Fall Das Maximum Gefunden Weil Wir Dann Jede Mögliche Summe Angeschaut Haben Also Der Teile Schritt Für Uns Ist Wir Wollen Es In Ungefähr Zwei Gleich Große Hälften Unterteilen Der Herrscherschritt Linke Und Rechte Hälfte Jeweils Rekursiv Die Größte Teilsumme Finden Und Kombiniere Schau Alle Teilsummen An Die Durch Die Mitte Durchlaufen Das Hier Ist Wahrscheinlich Der Teuerste Schritt Da Muss Mal Ein Bisschen Schauen Dass Es Gut Läuft Weil Wenn wir uns Hier Alle Teilsummen Angucken Wie viele Kann es Denn Geben Wir haben es Hier In der Mitte Durchtrennt Dann haben wir Hier N halbe Viele Wir haben Hier N halbe Viele Heißt Die Teilsummen Die Mitte Ist Jede Kombination Von einem Startpunkt Hier Und einem Startpunkt Hier Also N halbe Mal N halbe Und Das In N Quadrat Viel Also Wenn wir Hier Wirklich Jede Teilsumme Anschauen Dann Braucht Man Allein Für Diesen Kombiniere Schritt Schon Theta Von N Quadrat Und Das Ist Schon Die Laufzeit Die Wir Gerade Eben Hatten Das Heißt Wenn Das Hier Schon Theta Dieser Letzte Schritt Schon Theta Von N Quadrat Ist Dann Kann Der ganze Algorithmus Natürlich Nicht Schneller sein Also Müssen Wir Hier Irgendwas Schlaueres Überlegen Wie Können Wir Die Beste Teilsumme Finden Die Durch Die Mitte Geht Ohne Das Mal Jedes Paar Uns Hier Anschauen müssen Ich Würde Jetzt Mal Sagen Weil Wir Rekursiv Hälfte Die Summen Die Besten Summen Berechnen Könnte Man Doch Einfach Die Summen Miteinander Addieren Anstatt Jeden Was Meinen Sie Da Genau Mit Welche Summen Wollen Sie Addieren Ja Also Wenn Wir Jetzt Die Maximale Teilsumme Einer Hälfte Raus Finden Dann Könnten Wir Ja Diese Mit Einen Wert Aus Dem Aus Der Anderen Hälfte Addieren Und Somit Uns Die Schritte Diese Maximale Summe Der Anderen Hälfte Einzelne Hinzuzufügen Sparen Man Muss Aber Halt Auch Noch Alles Was Dazwischen Ist Sich Angucken Das Problem Hier Können Sehr Kleine Zahlen Zb Sein Deswegen Es Vielleicht Nicht Sinn Macht Das Ganze Hier Mit Zunehmen Man Müsst Sich Die Größten Summen Angucken Die Bis Zum Rand Gehen Von beiden Seiten Ja Genau Das Ist Im Prinzip Das Worauf Voraus Wollen Wenn Wir Uns Das In Mitte Hier Angucken Woraus Besteht Das Eigentlich Das Besteht Aus Dem Größten Teil Hier Links Der Hier Am Rand Aufhört Und Im Größten Teil Hier Rechts Der Hier Am Rand Aufhört Also Wie Weit Können Wir Hier Links Reingehen Sodass Der Bereich Hier Größt Möglich Ist Und Wie Weit Können Wir Hier Rechts Reingehen Sod Der Bereich Größt Sein Die Größte Summe Und Da Gibt Zwei Möglichkeiten Wir Können Das Direkt In Der Rekursion Berechnen Immer Diesen Wert Oder Wir Machen Es Erst Im Kombinierenschritt Für Die Laufzeit Macht Es Keinen Unterschied Deswegen Machen Wir Es Jetzt Im Kombinierenschritt Weil Das Finde Ich Ein Bisschen Einfacher Ist Dass Man In Der Rekursion Im Herrschenschritt Wirklich Nur Das Maximum Insgesamt Finden Müssen Und Nicht Auch Noch Das Maximum An Beiden Rändern Und Dann Einfach Wenn Wir Die Zurück Kriegen Schauen Wir Uns Hier Nochmal Die Mitte An Also Wenn Die Maximale Teilsumme Die Mitte Enthält Ist Der Linke Teil Bis Zur Mitte Maximal Das Hier Und Der Rechte Teil Ab Der Mitte Ist Auch Maximal An Ansonsten Können Wir Das Einfach Ein bisschen Größer Machen Und Wir Hätten Das Bessere Und Das Bedeutet Wir Müssen Jetzt Nicht Jede Kombination Anschauen Sondern Wir Gucken Einfach Nur Wir Gehen Von Hier Nach Links Haben N Halbe Möglichkeiten Für Die Beste Summe Die Hier Ist Und Wir Gehen Von Hier Nach Rechts Haben N Halbe Möglichkeiten Beste Summe Die Von Hier Nach Rechts Geht Wir Müssen Nicht mal N Quadrat Viele Summen Berechnen Sondern Nur Noch N Viele Und Damit Ist Unser Kombiniererschritt Deutlich Schneller geworden Gucken Gucken Das Einmal Uns Einmal Im Pseudocode An Sehr Vereinfacht Wir Haben Wieder Unser Feld A Wir Haben Jetzt Einen Linken Rand Der Anfang Und Einen Rechten Rand Das Ende Gegeben Das ist Der Bereich Den Wir Gerade Anschauen Am Anfang Ist Der Anfang Gleich 1 Das Ende ist N Wenn Die Beiden Gleich Sind Das Wir Haben Nur Ein Element Dann Brauchen Wir Nur Dieses Zurück Geben Also Wir Geben Zurück Unsere Beste Summe Haben wir Gefunden Von Anfang Bis Ende Und Hat Den Wert A Von Anfang Das ist Unser Herrscherschritt In kleinen Teil Instanzen Mit Nur Einem Element Und Ansonsten Kommt Der Interessante Teil Wir Berechnen Uns Die Mitte Die Mitte Wo Wir Es Ungefähr Gleich Aufteilen Wollen Ist Anfang Plus Ende Halbe Und Das Ganze Runden Wir Ab Ganz Am Anfang Ist Das N Plus 1 Halbe Abgerundet Ist Genau N Halbe Also Liegt Die Mitte Genau Tatsächlich In der Mitte Wenn Noch Ein Element Haben Wir 1 Plus 1 Halbe Stehen Kommt Eine 1 Raus Also Kriegen Wir Auch Wir Genau Diese Stelle Wir Berechnen Quasi Mittelwert Zwischen dem Linken Und dem Rechten Und Jetzt Brauchen Wir Drei Schritte Erstmal Müssen Wir Jetzt Die Beste Lösung Links Suchen Also Wir Rufen Unsere Funktion Max Teilfeld Wieder Auf Mit dem Parameter Anfang Das ist Immer Noch Unser Linke Hand Aber Für Den Rechten Rand Setzen Wir Jetzt Die Mitte Fest Und Dann Rufen Rufen Mal Auf Die Rechte Hälfte Starten Bei Mitte Plus 1 Und Wir Hören Auf Bei Ende Und Wir Berechnen Hier Was Ist Jetzt Die Beste Summe Was Ist Der Anfang Und Was Ist Das Ende Dieser Summe Von Den Dreien Jetzt Die Größte Also Das Triple Mit Der Größten Summe Wie Ist Die Laufzeit Hiervon Für Die Laufzeit Müssen Wir Jetzt So Stand Theta Von 1 Aber Ansonsten Wenn Wir Jetzt N Elemente Haben Mit N Größe 1 Was Müssen Wir Tun Wir Brauchen Hier Konstante Zeit Das Ist Vernachlässigbar Aber Wir Machen Zwei Rekursive Aufrufe Hier Rufen Wir Unsere Funktion Auf Von Anfang Bis Mitte Also Von Am Anfang Von N Bis N Halbe Abgeründet Und Hier Von Mitte Plus 1 Bis Ende Also Haben Wir Hier N Halbe Aufgerundet Viele Elemente Und Dann Müssen Wir Dieses Mittlere Teilfeld Berechnen Das Ist Jetzt Noch Mal Ein Extra Aufwand Da Wissen Man Noch Nicht Genau Wie Viel Diese Beiden Dinger Hier Die Vereinfachen Wir Jetzt Mal Sagen Wir Okay Das Beides Ungefähr N Halbe Also Kommen Aber Ungefähr Zwei Mal TMT Von N Halbe Raus Ist Tatsächlich Wir Können Einfach Das Hier Nochmal Um 1 Erhöhen Und Dann Haben Wir Was Größer Gleich N Halbe Ist Und Dann Kommt Man Bis Auf Eine Konstante Auf Die Gleiche Anzahl Aber Aber Was Was Ihr Meist Machen Dürft Das Ist Sehr Nah Dran Also Unsere Laufzeit Ist Zwei Rekursive Aufrufe Mit N Halbe Elementen Plus Dieser Aufruf Hier Aber Wie Lang Dauert Der Und Dafür Müssen Wir Uns Jetzt Nochmal Dem Pseudocode Für Dieses maximale Mittlere Teilfeld Anschauen So Betrachten Wir Die Situation Wir Haben Unser Teilfeld Es Geht Von Anfang Bis Ende Das Heißt Wir Haben Hier Unseren Rand Und Wir Haben Die Mitte Hier Anfang Ist Dieses Element Ende Ist Dieses Element Und Mitte Wär Jetzt Dieses Ich Habe Nur Die Trenner So Ein Bisschen Einge Zeichen Dass Mal Sehen Was Denn Auf Welcher Seite Ist Wir Wollen Jetzt Rausfinden Was Die Beste Summe Wenn Wir Von der Mitte Nach Links Laufen Und Was Die Größte Summe Wenn Von der Mitte Nach Rechts Laufen Und Es Getrennt Drum Drum Teilen Das Ganze Auf In Zwei Bereiche Erstmal Suchen Wir Die Größte Linke Summe Setzen Die Anfangs Auf Minus Unendlich Und Summe Ist Das Größte Was Wir Bisher Summe Ist Die Anzahl Summe Ist Die Summe Der Elemente Die Wir Bisher Angeschaut Haben Also Wir Gehen Von der Mitte Nach Links Wir Nehmen Eine Variable I Die Startet In der Mitte Und Geht Schrittweise Bis Zum Anfang Und Berechnen Unsere Größte Summe Hier Das Hier Wäre Jetzt Die Größte Linke Summe Und Wir Merken Uns Außerdem Dieses L Max Also Das Linkeste Element Hier Und Das Gleiche Machen Wir Auf Der Rechten Seite Suchen Die Größte Summe Indem Von Mitte Plus 1 Von Hier Bis Nach Rechts Laufen Finden Die Größte Summe In dem Bereich Mit dem R Max Hier Und Das Was Wir Zurück Geben Wollen Das ist Jetzt Die Summe Dieser Beiden Der Mit dem Linken Rand Und dem Rechten Rand Das Gibt Uns Jetzt Genau Die Größte Summe Die Durch Die Mitter Durch Leicht Die Frage Ist Jetzt Natürlich Wie Müssen Wir Jetzt Noch Diese Diesen Teil Hier Implementieren Natürlich Mal Kurz Überlegen Wie Könnte Man Das Dann Aufschreiben Dass Mal Diesen Algorithmus Vervollständigen So Lass Mal Diesen Pseudocode Hier Noch Füllen Gäste 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 Vielen Dank. Okay, jetzt läuft ein bisschen die Zeit davon, deswegen müssen wir hier jetzt direkt weitermachen, sonst hätte ich euch gerne ein bisschen mehr Zeit gegeben. Wir wollen von hier nach links laufen und in jedem Schritt wollen wir ein Element dazunehmen. Das ist immer unser Element a von i. Das heißt, wir fügen das einfach unserer aktuellen Summe hinzu. Und wenn das, was wir bis hierhin gefunden haben, jetzt größer als das Beste ist, was wir bisher gefunden haben, dann aktualisieren wir das einfach. Setzen die linke Summe auf Summe und das linke Maximum auf i. Und das gleiche hier unten. Gucken wir uns das doch gleich mal in der Demo an. Das ist jetzt unser Coach. Und ich springe einfach mal zu einer größeren Stelle. So, hier. Ich glaube, ich habe hier noch nicht die aktuelle Version. Ah, gut. Jetzt passt es. Jetzt haben wir die richtigen Farben. So, wir sind an dieser Stelle hier. Wir haben die beste Lösung links gefunden, die 14, und die beste Lösung rechts gefunden. Das ist alles. Und wir wollen jetzt noch Max mittleres Teilfeld durchspielen. Das heißt, wir starten hier. Wir gehen nach links. Jetzt ist das Beste, was wir gefunden haben, die 5. Gehen weiter. Die Summe ist jetzt bei minus 6, minus 1, minus 13, 1. Das ist das Beste hier, die 5. Und das Ganze machen wir jetzt nach rechts auch. Wir starten mit Summe gleich 0, fügen das hinzu. Also, 21 ist das Beste. Jetzt sind wir aktuell bei 17. Schlechter. Jetzt sind wir bei 24. Ist besser, als ist das Beste, was wir rechts finden, das hier. Und wenn wir das hinzunehmen, sind wir bei 33. Ist auch wieder besser. Es ist, fügen wir das hier hinzu. Also, es ist unsere beste Summe, die in der Mitte liegt. Dieses Teil Array. Wir haben diese Summe, das 38. Das hier ist unser Lmax. Und das hier ist unser Rmax. Und das geben wir zurück. Und der Algorithmus selber vergleicht jetzt einfach diese drei Summen und sieht dann, aha, das hier war meine beste Lösung und gibt die nach oben weiter. Und so können wir das für das komplette Array durchspielen und kriegen dann am Ende unsere Lösung aus. Wie schaut es jetzt mit der Korrektheit aus? Wie gesagt, wir wollen uns heute eigentlich eher auf die Laufzeit fokussieren. Wir müssen trotzdem kurz sicher gehen, dass das stimmt. Und dafür wird man jetzt wieder eine schleifenden Variante aufstellen. Der Unterschied ist, wir stellen die schleifenden Variante jetzt am Ende der Schleife auf. Sonst haben wir sie immer am Anfang der Schleife gemacht. Diesmal machen wir es am Ende. Aus dem Grund, dass die beim ersten Durchlauf am Anfang leider noch nicht gilt. Wir wollen nämlich sagen, die Summe beinhaltet hier immer die Summe von I bis zur Mitte. Das gilt am Anfang natürlich nicht, weil wir hier einfach Summe gleich 0 haben. Also, sobald wir das einmal durchlaufen haben, stimmt das auf jeden Fall. Und die linke Summe ist zu jedem Zeitpunkt das Maximum von allen I's, die wir hier haben, aus SK und Mitte. Wie gesagt, da gehen wir jetzt gar nicht so genau drauf ein. Die Schleifeninvariante reicht uns hier. Das ist jetzt das, was wir technisch beweisen müssten. Aber wir wollen uns jetzt eher auf die Laufzeit fokussieren. Wie schaut die Laufzeit hier aus? Wir haben hier zwei Schleifen. Und ich habe euch vorhin gesagt, wenn man zwei Schleifen hat, dann ist es wahrscheinlich bei n². Aber diese zwei Schleifen liegen nicht ineinander, sondern liegen nacheinander. Das heißt, statt hier n mal n zu haben, haben wir n plus n. Also, wäre die Laufzeit wahrscheinlich linear. Und tatsächlich, wenn wir uns anschauen, die Anzahl der Additionen, die wir hier und hier haben, haben wir hier oben, wir gehen von Mitte zum Anfang, haben wir Mitte minus Anfang plus 1 Additionen. Und hier unten gehen wir von Ende bis Mitte plus 1, also haben wir Ende minus Mitte Additionen. Und wenn wir jetzt das Mitte minus Mitte rausstreichen, kommen wir auf Ende minus Anfang plus 1, und das ist genau n. Das kannst du am Anfang jetzt anfangen bei 1, Ende ist bei n, also n minus 1 plus 1. Das ist unsere Laufzeit genau n. Und das ist sehr schön, weil das können wir jetzt einfach hier einsetzen und kriegen hier dadurch jetzt unsere Formel zur Laufzeit ist 2 mal tmt von n halbe plus n. Und das hier brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr ausrechnen, das haben wir nämlich schon bei MergeSort gemacht. Das ist genau die gleiche Rekressionsformel wie die, die wir bei MergeSort hatten. Wir teilen es in zwei gleich große Hälften der Größe n halbe und brauchen danach nochmal n Zeit, um alles zusammenzufügen. Also haben wir hier wieder n log n Zeit. Und in Theta-Notation oder O-Notation haben wir O von n log n. Wir können die 2 hier sogar streichen. Da kann jeder Faktor stehen, weil man das jederzeit mit einer Konstanten einfach umformen kann. Das ist die allgemeine Logarithmusregel. Das heißt, ab jetzt werden wir gar nicht mehr log 2 n schreiben, sondern einfach nur noch log n. Dieses n gleich 2er Potenz können wir auch streichen, indem wir zur nächsten 2er Potenz aufrunden. Aber wir sehen nächste Vorlesung nochmal ein besseres Argument, worum das dann gilt. Und damit kriegt man allgemein O von n log n Laufzeiten. Denkaufgabe, man kann das Ganze auch in linearer Zeit lösen, das ist aber nicht so einfach. Da muss man eine Weile drüber nachdenken. Das seht ihr dann auch, könnt ihr auch im Buch nachlesen. Und diesen Teil, den hat man schon vorhin gesehen. Nächste Woche wollen wir uns dann angucken, ja was ist denn, wenn wir diese Formel nehmen. Aber statt n haben wir hier zum Beispiel 4 entstehen. Wie schaut es dann aus? Kriegen wir da immer noch n log n Zeit? Aber zusammenfassend will ich jetzt noch einmal kurz diese Algorithmen anschauen. Wir haben jetzt diese drei Algorithmen hier betrachtet. Erstmal rohe Gewalt, dann die schlauere Version, die Reihenfolge ändern, dann Teile und Herrsche und dann aus dem Buch gibt es eben noch diesmal diesen linearen Scan. Der hier hat die Laufzeit n hoch 3, n Quadrat, n log n, der hier unten hat n. Und wir wollen jetzt einmal kurz die Laufzeiten uns anschauen. Da gehe ich nochmal fix auf die Demo. Ich stelle das hier einfach mal auf ganz schnell und lasse es mal durchlaufen. Brute Force. Das ist n hoch 3. Das ist n Quadrat. Das ist n log n. So. Zwischen den letzten beiden sieht man jetzt noch nicht wirklich einen Unterschied. Aber ich mache das Array hier jetzt einfach mal ein bisschen größer. Das hier ist n Quadrat. Das sind hier den Fortschrittsbalken. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Und sind jetzt fertig. Und das hier ist n log n. Da sieht man schon, das ist deutlich schneller. Und den n hoch 3, den wollen wir eigentlich gar nicht durchspielen, weil wir sehen, der Balken, der bewegt sich hier eigentlich fast gar nicht. Das ist so langsam, selbst für dieses Array. Und das ist eigentlich noch gar nicht so groß. In der Praxis werdet er häufig welche haben, die haben dann vielleicht 1000 Werte. Und da wollte er diesen Algorithmus ganz sicher nicht durchspielen. Gucken wir uns also einmal an, was ist denn jetzt die Anzahl der Additionen. Also wir setzen hier die Konstante quasi auf 1. Wenn wir 1000 Elemente haben, haben wir hier 1000 hoch 3. Also als Laufzeit, als Addition. Hier haben wir 10 hoch 3. Hier haben wir 3 mal 10 hoch 3. Das ist unser log n. Hier haben wir 10 hoch 6. Hier haben wir 10 hoch 9. Wenn wir eine Million haben, haben wir hier Laufzeit 10 hoch 6. 6 mal 10 hoch 6. 10 hoch 12. 10 hoch 18. Hier sehen wir jetzt schon, ja dieser Logarithmusfaktor, der ist nicht so schlimm. Selbst für eine Million Werte ist das hier eine 6. Also das ist immer noch sehr nah dran an dem linearen Algorithmus. Und sehr weit weg von dem quadratischen. Also in der Praxis merkt man diese Logarithmusfaktoren eigentlich gar nicht. Und die geschätzte Rechenzeit, wenn wir jetzt einen recht alten CPU nehmen mit nur 1 Gigahertz, der ungefähr 10 hoch 9 Additionen die Sekunde machen kann, wäre das eine Mikrosekunde, das drei Mikrosekunden, eine Millisekunde, eine Sekunde. Aber hier werden wir jetzt einen großen Unterschied sehen. Eine Million Elemente. Wir brauchen hier eine Millisekunde. Hier 6 Millisekunden. Das heißt, das geht quasi in Echtzeit. Wir klicken drauf und kriegen sofort das Ergebnis. Hier braucht man 1000 Sekunden für den N-Quadrat-Algorithmus. Das sind 17 Minuten. Das ist der Unterschied zwischen, ich kriege sofort die Lösung oder ich kann nochmal duschen gehen und mir einen Kaffee holen und kriege dann erst die Lösung. Und mit N hoch 3 ist die Zeit 31,7 Jahre. Das heißt, wenn ihr bei eurer Geburt das Programm gestartet hättet, dann hätte von euch wahrscheinlich noch niemand die Lösung und ich hätte sie jetzt vor kurzem erst gekriegt. So lange dauert das. Und das ist der Unterschied zwischen N-Log-N, N-Quadrat und N hoch 3. Man merkt es so schnell, wenn man größere Sachen sich anschaut, dass N hoch 3 einfach nicht praktikabel ist. Ja, in zwei Jahren können sie dann ja vielleicht wiederkommen und mir die Antwort sagen. Gut, das war's für heute. Also, sie hätten sie schon. Gut. Dann wissen sie ja Bescheid. Nächste Woche beschäftigen wir uns nochmal ein bisschen mehr mit Rekursionen. Wir werden nochmal ein paar Möglichkeiten anschauen, wie wir dann jetzt Laufzeiten analysieren, die rekursiv sind. Und dann werden wir in der zweiten Vorles nächste Woche wieder einen neuen Satire-Algorithmus kennenlernen. Und der wird das erste Mal auf einer bestimmten Datenstruktur basieren. Also, wir lernen unsere erste Datenstruktur kennen und einen neuen Algorithmus, der darauf basiert und der auch sehr schnell ist. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Danke gleichfalls und bis heute Mittag. Ach ja, für die, die heute in Übungsgruppe 3 sind, habt hoffentlich die Ankündigung gesehen, die wird heute und nächste Woche im BigBlueButton, also online, stattfinden. Und in zwei Wochen dann erst in Präsenz. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, guckt regelmäßig im Discord. Da schreibe ich das immer. Und ich habe es auch nochmal im StartIP geschrieben, dass er die Ankündigung auf jeden Fall kriegt. Okay. 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 Da schreibe ich das immer. Okay. Okay. Vielen Dank.